Die Osterinseln Autor de Selçam Kenzi Hundertfach stehen sie auf Rapanui Statuen, aus Steingehauen, über die ganze Insel fair bedingter Trennstrich teilt. Die geheimnisvollen Moais verkörpern Vorfahren, so viel ist bekannt. Doch seine wahren Geheimnisse gibt das 3100 Kilometer von Chile entfernte Eiland im Südostpazifik nicht preis. 4. Dann eben noch einmal, ganz langsam. Jeden Vokal einzeln aussprechen, Silbe für Silbe. Juranakoh Pihirakoh Maruaki Aau Na also, geht doch oder, Uri? Uri presst die Lippen aufeinander, um zu verhindern, dass sie gleich losbrustet. Dieses, guten Tag. Wie geht's? Ich habe Hunger. In der Inselsprache war offensichtlich immer noch nicht korrekt betont. Die Exkursionsleiterin des, Posada de Maigrapu, Binderstrich Hotels ist mit uns über das halbe Eiland gewandert. Jetzt wird's Zeit für den Lunch hier am Anakena Beach. Der Sand ist hell wie Mehl und ebenso fein, der Wind lässt die Blätter der Palmen trockenra bedingter Trennstrich schälen. Draußen über den Wellen spielt ein Schwarmvögel fangen. Es gibt Süßkartoffelsalat, rohen Tunfisch und kühlen Weißwein. Und ein neues Wort, Karate Kai, guten Appetit. Hier ist man weiter fort als irgendwo sonst. Die Osterinsel ist das abgelegänzte und isolierteste Stück Land auf dem Planeten, auf dem Menschenleben. Die Insel gehört zu Chile, aber Chile liegt gut 3700 Kilometer oder fünf lange Flugstunden weiter östbedingter Trennstrichlich. Ein bisschen näher dran sind die Pietkai-unbedingter Trennstrich-Inseln im Westen mit den Nachfahren der, bo-unbedingter Trennstrich-Tü, Meuterer. Bis dahin sind es nur schlappe 2100 Kilometer. Aber eigentlich sind auch die Pietkai-uns nur winzige Landkleckse in der nassen Weite des Ozeans. Genau wie das dreieckige, kleine Rapanui. So heißt die Osterinsel in der Sprache der einherimbedingter Trennstrich. Einherimbedingter Trennstrich-Schenbewohner, die sich wiederum ebenfalls Rapanui nennen, und ihre Sprache heißt auch so. Wenn man von Santiago in Chile anreist, steht auf den Anzeigetafeln am Airport, Isla de Pascua. Das ist wiederum Spanisch für Osterinsel. Und Osterinsel hat man sie genannt, weil sie am Ostersonntag 1722 vom holländischen Seefahrer Jakob Ruckiwe in entbedingter Trennstrich deckt wurde. Sie stehen überall herum. Und woran denkt man, wenn man an die Osterinsel denkt? Genau. Die stehen tatsächlich überall hebedingter Trennstrich rum, die Moais, diese Steinstatuen mit ihren ernsten Gesichtern, wie gewaltige Schachfiguren eine abgebedingter Trennstrich pro Kinen Partei göttlicher Spieler. Nicht nur 10 oder 20, sondern Hunderte. Überall. Forscher haben sich die Mühe gemacht und sie durch nunbedingter Trennstrich mariert. Sie sind auf 887 gekommen. Etwa die Hälfte befindet sich noch im Tuffsteinbruch am Krater des Ranuraraku, fast fertig oder halbfertig oder gera-bedingter Trennstrich der erst mit groben Schlägen skizziert. Die restlichen stehen oder liegen über die Insel verteilt. Wahrscheinlich hat jede Sippe auf der Insel solche Moais aus Stein geschlagen. Und wenn die nach Barm eine größere aufstellten, musste die nächste ei-bedingter Trennstrich-Gene eben noch pompöser sein. Die Statuen verkörbedingter Trennstrich pern übrigens keine Gottheiten, sondern Vorfahren. Zum Beispiel jene sieben Kundschafter, die irgend bedingter Trennstrich waren kurz vor dem Jahr 900 vermutlich von den Markwesers angesegelt kamen und die Insel entdeckbedingter Trennstrich denn sie kehrten zurück in ihre Heimat, und als sie wieder kamen, brachten sie Siegler mit. Aber jetzt kommen wir erst einmal an, mit dem Flieger aus Santiago auf einer Landebahn, die Gera-bedingter Trennstrich die Wegs ins Meer zu führen scheint, so kurz sieht sie aus. Die Amerikaner haben sie gebaut, weil sie eine Notfallpüste für ihr Space Shuttle brauchten, falls da oben mal was schief gehen sollte. Anschließend überließen sie die T-Bahn den Insulanem, zusammenbedingter Trennstrich-Menn mit einer Generation Kinder, deren Haut ein bisschen anders aussah als sonst auf Rapanui übedingter Trennstrichlich. Ein paar blieben auch gleich hier, betört von Wind und Wellen, der Liebe vielleicht und dem gebedingter Trennstrich-Fühl, die eigene Insel gefunden zu haben. Heute leben knapp 4000 Menschen auf den 163 Quadratkilometern, die allermeisten in Hangarua, dem einzigen Ort. Knapp die Hälfte sind Rapanui, Nachfahren der ersten Siegler. Es sind schlanke, grobedingter Trennstrich-Siehmenschen mit langen, schwarzen Haaren, polybedingter Trennstrich-Nesischen Gesichtszügen und einem umwerfenden Lachen. Aus Gründen, die im Dunkel der Geschichte verloren gegangen sind, besitzen sie über 6000 Pferd-bedingter Trennstrichte, die überall auf der Insel grasen, ohne zaumbedingter Trennstrich-Zeug, ohne Zäune. Möglicherweise sind die Pferde die neuen Statuen, wenn der Nachbar schönere oder größere hat, ist das Ansporn genug, sich bei der allbedingter Trennstrich-Genenzucht mehr anzustrengen. Rapanui ist sattgrün und gewählt, eine inbedingter Trennstrich-Seel der Schwünge und Hügel, als sei sie mühelos mit ein paar Strichen auf dem Zeichenblock der Schöp-bedingter Trennstrich-Funk skizziert worden. In der geologischen Realität war die Geburt allerdings eher eine schwere, Rapanui besteht aus drei Vulkanen, deswegen liegen überall fußballgroße Lavabrocken herum, an trabedingter Trennstrich zieht farbene Punkte im flächendeckenden Grün. An vielen Tagen scheint die Insel die Wolken an zu bedingter Trennstrich ziehen, denen man das Verweilen nicht verdenken kann, gibt ja sonst nichts hier draußen. Und fast im bedingter Trennstrich-Meer weht ein Wind. Wind, der die Wellen an die Südküste peitscht, dass man das Salz in der Luft noch 100 Meter vom Meer entfernt schmecken kann. Wind, der die anderen Geräusche auf der Insel zu verschlucken und mit zunehmen scheint an einen geheimen Ort, wo sie dann vielleicht zu hören sind. Wind, der einem in den Haaren zaust, wenn man auf dem perfekt gebedingter Trennstrich-hübelten Vulkan im Osten der Insel steht, dem Buakatiki, und Blick und Gedanken schweifen lässt. Von hier oben ist das Meer auf allen Seiten zu sehen, und der Horizont ist so lang und so weit, dass man ganz deutlich die Erdkrümmung erkennt. Die Rapa Nui dachten irgendwann, der Rest der Welt sei vom endlosen Ozean verschluckt worden und nur ihre Insel sei übrig geblieben. Also gaben sie ihrer heilbedingter Trennstrich-Mat einen neuen Beinamen, Tepito-Otehenua. Das bedeutet, Nabel der Welt. Vielleicht ist es dieses Bewusstsein der absoluten Isolation, vielleicht die Allgegenwart der schweigenbedingter Trennstrich-Denmoa ist, vielleicht auch das Wissen, überall auf Rapa Nui auf einem Vulkan herumzulaufen und damit überköcheln der, brodeln der Erdmaße, je bedingter Trennstrich-Denmoa als bringt diese Insel etwas in einem zum Schwingen. Setzt etwas in Bewegung. Berührt etwas. Als ob eine bislang verborgene Ecke des Bewusstseins von einem unsichtbaren Zeigefinger angetippt wird bedingter Trennstrich-D, so fühlt sich das an. Nach zwei oder drei Tagen auf Rapa Nui kann man dieses Gefühl für einen kurzen Augenblick festhalten und etwas näher in bedingter Trennstrich spezieren und versteht, was Menschen meinen, wenn sie von der Magie dieses Ortes sprechen.